Klaus Teweleit, Männerfantasien, sehr frühe Geschichte, die Menschen aus dem Wasser. Elaine Morgan hat in ihrem beeindruckenden Buch The Descent of Women, auf Deutsch mit dem dummen Titel Der Mythos vom schwachen Geschlecht, eine Verbindung zwischen Frau und Wasser hergestellt, die alles andere als mythologisch ist. Ihr Buch ist der Versuch, die Geschichte der Entstehung des Menschen neu zu schreiben. Warum? Im Mittelpunkt der Geschichte bleibt, wie auch anders, die tatsamhafte Gestalt des vormenschlichen Männchens, das von den Bäumen herunterstieg, vor sich ein Grasland sah, auf dem es von Wild wimmelte, das eine Waffe aufnahm und ein großer Jäger wurde. Fast alles, was es an uns gibt, soll darauf zurückzuführen sein. Wenn wir aufrecht gehen, dann deshalb, weil der große Jäger groß sein musste, um die Ferne nach Beute abzusuchen. Wenn wir in den Höhlen leben, dann deshalb, weil Jäger eine Basis brauchen, zu der sie heimkehren können. Und wenn wir sprechen lernten, dann deshalb, weil Jäger die nächste Safari planen und über die letzte prahlen müssen. Die meisten Bücher holen die Partnerin nur ganz kurz für das obligatorische Kapitel über Sex und Fortpflanzung auf die Bühne. Danach aber heißt es sofort, wunderbar, Liebling, nun kannst du wieder verschwinden. Und schon fahren sie fort, in kernigen Worten über den großen Jäger zu berichten, der mit seinen prächtigen neuen Waffen und seinen hübschen neuen und geraden Beinen über dieser Wannen des Pleistozänts trabt. Kommt es zu Veränderungen im weiblichen Körperbau, dann werden diese als Imitationen der Entwicklung des großen Jägers betrachtet, oder man tut, als seien sie ausschließlich zu seinem Ergötzen entstanden. Elaine Morgan, die wegen der so zahlreichen, offenkundig androzentrischen B, also auf den Mann bezogenen Interpretationen der vorliegenden Erkenntnisse über die Menschwerdung, das ganze Garen von Tarzan nicht glauben wollte, hat bei der Suche nach den grundlegenden Veränderungen, die aus einem Affen einen Menschen machten, entdeckt, dass sie es war, die Effin, dass sie es notgedrungen sein musste, die diesen Schritt vollzog. Sie vollzog ihn auf einem Fluchtweg und der ging ins Meer. Afrika gegen Ende des milden Miocenen. Nach zwei Millionen Jahren dieses friedlichen Daseins versenkten die ersten glühenden Hitzewellen des Pilocens den afrikanischen Kontinent. Überall an den Waldrändern begannen die Bäume zu vertrocknen und wurden von Gestrüpp und Steppenland ersetzt. Als der Wald immer kleiner wurde, gab es weder genug Raum, noch ausreichende Nahrung für alle dort beheimateten Affen. Sie mussten in die Ebene ausweichen, wo sie besonders die durch die langsame Entwicklung der Primatenbabys behinderten Affenmütter den zahlreichen Raubtieren nichts entgegenzusetzen hatten. Kurzer Schluss, sie starben aus. Ich heulte selber auf, als ich mich in diese Sackgasse manövriert hatte, schreibt Morgan. Aber der Kontinent hat Küsten und auch in deren Nähe lebte die gleiche, furchtsame, behaarte, nicht spezialisierte Menschen-Effin vom Miocen-Typ. Auch sie konnte kein Gras verdauen. Auch sie hatte einen gierigen und juranischen Partner. Aber auch ihr fehlten die zum Kämpfen notwendigen Reißzähne. Auch sie war durch ein sich an sie klammerndes Kleinkind behindert. Und auch sie wurde von einem Raubtier gehetzt und musste feststellen, dass kein Baum da war, auf den sie hinauffliehen konnte. Doch vor ihr dehnt sich eine große Wasserfläche aus. Mit schrillem Entsetzenskreischen rannte sie ins Meer hinaus. Das Raubtier war eine Katze und machte sich nicht gern die Füße nass. Außerdem war das Raubtier doppelt so schwer wie sie. Und sie war, wie die meisten Baumbewohner, an eine aufrechte Haltung gewöhnt, obwohl sie zur Fortbewegung alle vier Beine benutzte. Sie konnte also tiefer ins Wasser hinausgehen, als das Raubtier ohne zu ertrinken. So blieb sie also bis zum Hals im Wasser stehen, drückte ihr Kind an sich und wartete, bis die Katze es satt hatte und in die Steppe zurückschlenderte. Elaine Morgan unternimmt es zu beweisen, dass diese Wesen in den folgenden etwa zwölf Millionen Jahren am und im Wasser blieben und sich derweil im Wesentlichen zu den Menschen in der Gestalt entwickelt haben, in der sie als unsere ältesten Vorfahren schließlich in Überresten gefunden worden sind, zum Australoepithecus. Kurz ihre Argumente. Im Wasser gab es wenig Gefahren, dafür ausreichend Nahrung. Garnelen, Krabben, Muscheln, Robbenarten, Vogeleier. Im Wasser entwickeln sich der aufrechte Gang, Kopf über Wasser, die glatte Haut. Alle Landsäuger, die ins Wasser gingen, legten das Fell ab und bildeten dafür eine Unterhautfettschicht aus, wie der Mensch als einziges aus der Gattung der Primaten sie heute noch hat. Nach den gängigen Theorien verschwand das Fell, weil es zu heiß wurde. Morgen, je gründlicher man darüber nachdenkt, desto unglaublicher wird es, dass der Mensch sein Fell abgelegt haben soll, um es kühler zu haben, und dass er gleichzeitig eine Fettschicht entwickelte, deren einzig mögliche Auswirkung es sein musste, ihn wärmer zu halten. Das Wohnen in Höhlen, die an Küsten immer zahlreich sind, das Werkzeug gebrauchen, zunächst im Öffnen von Muscheln, wie es heute noch der Wasserotter mit Steinen vormacht. Weiterhin nur auf dem Kopf über Wasser verbliebene Haare zum Schutz vor der Sonne und die verkümmerten Haare, die auf dem menschlichen Körper verblieben sind, sind völlig anders angeordnet als die Haare anderer Primaten. Sie folgen genau den Linien, die ein Wasserstrom über einen schwimmenden Körper nehmen würde. Der längere Haarwuchs der Frau rührt ihrer Ansicht nach daher, dass die Haare dem im Wasser schwimmenden Kleinkind als Halt dienen mussten. Der alte Haltfell ist verschwunden und merkwürdig, in den späten Stadien der Schwangerschaft kommt es noch jetzt vor, dass der Anteil der dünnen Haare auf ihrer Kopfhaut abnimmt und der Anteil der dicken Haare zunimmt. Kurz, alle Entwicklungen, die anders, unwahrscheinlich und gezwungener wirken und im Widerspruch zu dem stehen, was wir vom normalen Verhalten unter Primaten und anderen Säugetieren wissen, werden nicht nur verständlich und glaubhaft, sondern natürlich und unvermeidbar. Viele Eigenschaften, die als einzigartig bei Menschen bezeichnet werden, sind nur unter Landsäugern einzigartig. Für die meisten von ihnen finden wir, wie wir sehen werden, sobald wir die wasserbewohnenden Säuger betrachten, Parallelen in Mengen. Insbesondere die spezielle Anatomie der Frauen bringt Elaine Morgan mit dem Leben am und im Wasser in Verbindung. Woher stammen der Busen und das vergrößerte Gesäß? Die Antwort der Männer? Sex musste sexier werden, wie sie ironisch bemerkt. Sie weiß näher liegende Gründe. Die Brüste seien gewachsen für das säugende Kind, das durch das fehlende Fell der Mutter viel zu weit von den Brüstwarzen entfernt war, wenn es in der Armbeuge der Mutter lag. Es ist eine Tatsache, dass die Tarzan-Anhänger nicht nur die Weibchen ständig vergessen, sondern auch die Kinder. Und das Gesäß? Als die Äffin zum ersten Mal mit dem Strandleben in Berührung kam, hatte sie dort keinerlei Polsterung. Ihre Vagina befand sich in der normalen Vierfüßlerlage genau unter dem Schwanz. Wenn sie noch einen gehabt hätte. Und wegen des leichteren Zugangs auf gleicher Ebene mit der Oberfläche. Hier war ein Schutz nötig, dessen es auf Bäumen nicht bedurft hätte. Wenn sich das Hinterteil als schützende Körpereigentümlichkeit entwickelt hat, dann brauchte die Äffin es notwendigerweise mehr als der männliche Affe. Das Männchen hatte dort nur eine Öffnung statt der drei. Und das war dazu noch die am wenigsten empfindliche. Außerdem brauchte er nicht lange Stunden damit zuzubringen, herumzusitzen und das Baby zu halten, was sie, solange das Kind gesäugt wurde, tun musste. So kämen die Wellen des weiblichen Körpers direkt aus dem Meer und aus der Mutter-Kind-Beziehung. Die Ausbildung des Gesäßes hatte Folgen für die Paarung zusammen mit einem anderen Vorgang, der Verlagerung der Organe nach innen, der bezeichnend für alle Säuger ist, die ins Wasser gingen. Die Vagina wanderte mehr nach innen und mehr nach vorn. Das Normalverfahren der Primaten bei der Paarung, Aufreiten von hinten, wurde mehr und mehr erschwert. Elaine Morgan schreibt, Weshalb entwickelte Homo sapiens den größten Penis von allen lebenden Primaten? Weshalb schaltete er vom Aufreiten von hinten um auf die frontale Annäherung? Und auch hier werden Sie vielleicht nicht gleich bereit sein zu glauben, dass stetes sexuelle Verhalten des Mannes stehe in irgendwelchem Zusammenhang mit einer im Wasser verbrachten Phase seiner Geschichte. Doch wenn Sie sich erst vergegenwärtigen, dass praktisch alle Landsäugetiere die sexuelle Annäherung von hinten und praktisch alle Wassersäuger die frontale Annäherung dabei benutzen, dann werden Sie mindestens argwöhnen, dass das nicht reiner Zufall sein kann. Das sexuelle Problem, das mit der Entwicklung verbunden war, lasse ich einen Moment beiseite, um festzustellen, wozu Elaine Morgan ihre Argumentation auch führt. Wenn ich mal einen Augenblick völlig anthropomorph argumentieren darf, die meisten Arten, die ins Wasser zurückgegangen sind, scheinen unendlichen Spaß am Leben zu haben. Und sie führt einige Beispiele an, wie Pinguine oder Ottern und Delfine sind, wenn man den Menschen, die sie am besten kennen, glauben darf, die sanftesten, fröhlichsten und attraktivsten Geschöpfe auf dem Angesicht unseres Planeten. Absetzen will sie die in dieser Wasserperiode erworbenen friedlichen und lebensfreundlichen Eigenschaften des frühen Menschengeschlechts, die sie vorwiegend den weiblichen Vormenschen zuschreibt, von den späteren auf dem Land errungenen. Dort tritt schließlich wirklich der Jäger, mit ihm der Männerbund, vorübergehend bestimmend auf den Plan, und mit ihm der Krieg, den sie mit Lionel Tiger für eine Funktion des Männerbundes hält. Wenn ihr Buch mit den Worten schließt, wir brauchen weiter nichts zu tun, als liebevoll die Arme auszubreiten und zu sagen, komm nur herein, das Wasser ist herrlich. Meint das nicht die erneute Beschränkung der Frau auf ihre Sexualfunktion, vielmehr spricht sie den Wunsch nach einem Leben unter dem Zeichen eines weiblichen Lustprinzips aus, dem das Wasser als Gegensatz der männlichen Aggression gilt. Auch der Psychoanalytiker Shandor Ferentschi hat in seinem Versuch einer Genitaltheorie über die Verbindung von Weiblichkeit und Wasser spekuliert. Er setzt in einem Zeitraum, der lang vor demjenigen liegt, über den Elaine Morgan schreibt, nämlich bei der Entwicklung der Arten aus dem Wasser überhaupt an. der vielen Bergen, die Dämpferde in der Schweiz sind die Erinnerung, die Dämpferde in der Schweiz befindet. Der nessüttliche Bildung war ein starker deutsch, wie es zusammengekehrt, sondern die Dämpferde in der Schweiz ist die Dämpferde in der Schweiz. Vielen Dank.